Das Märchen vom Väterchen Frost Es lebte einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit entfernten Land ein alter Mann mit seiner alten Frau. Beide waren bereits zuvor verheiratet gewesen, doch ihre früheren Eheleute waren längst gestorben, und so hatten die beiden sich eines Tages gefunden und einander geheiratet. Jeder von ihnen hatte aus seiner früheren Ehe eine Tochter. Die Tochter der Frau war böse und gemein, während die des Mannes lieb und sanft war. Die Frau aber liebte nur ihre eigene Tochter, die sie verwöhnte, so sehr sie nur konnte. Dafür aber hasste sie die Tochter ihres Mannes umso mehr. Sie zankte mit Nastjenka von früh bis spät und lastete ihr alle Arbeit auf. Das arme Ding musste das Vieh versorgen, Holz und Wasser schleppen, den Ofen heizen und schüren, nähen, stricken, kochen und die Hütte musste schon vor Tagesanbruch gefegt und in Ordnung gehalten sein. Die Stiefmutter war aber trotzdem immer unzufrieden und hatte ständig etwas auszusetzen. Und oft genug wurde Nastjenka auch noch geschlagen. Das Mädchen litt still und tat alles, um die böse Stiefmutter zufriedenzustellen und um der Stiefschwester behilflich zu sein. Die stand spät auf und ließ sich erst blicken, wenn das Essen fertig und der Tisch gedeckt war. So wuchsen die beiden Mädchen heran und kamen ins heiratsfähige Alter. Während Nastjenka schlank und hübsch anzusehen war, hatte sich ihre Stiefschwester zu einer trägen, schwammigen Frau entwickelt. Kein Wunder, sie bewegte sich ja auch den nebenlangen Tag nicht und hatte nur die nächste Mahlzeit im Sinn. Dem Alten tat seine Tochter von Herzen leid, denn sie war gehorsam, fleißig und brav. Und er sah sehr wohl die große Ungerechtigkeit, die ihr geschah. Aber er wusste keinen Weg, ihr zu helfen. Die Alten überlegten, wie die Töchter zu verheiraten seien. Nastjenka ist die Ältere, also muss sie zuerst unter die Haube. Dann erst sollten wir uns über meine Tochter Gedanken machen, sagte die Frau. Eines Tages, mitten in einem harten, kalten Winter, sagte die Stiefmutter. Alter, morgen stehst du früh auf, spannst das Pferd vor den Schlitten und fährst mit Nastjenka auf Besuch. Und du, Nastjenka, pack dein Hab und Gut in einen Korb und ziehe dich fein an, damit du dem Bräutigam gefällst. Das Mädchen war froh über sein Glück, stand am nächsten Morgen zeitig auf und hatte sich derart schön geschmückt, wie man noch kein Bräutchen gesehen hatte. Setzt euch und frühstückt noch, sagte die Alte und brachte dünne Suppe und einen kannten Brot. Als sie fertig waren, sagte die Stiefmutter, so, nun bin ich froh, dass du endlich aus dem Haus gehst. Ich musste dich lange genug ertragen. Und du, du alter Narr, du fährst geradezu den Weg hinunter in den Wald hinein, zu der großen Fichte, die auf dem Hügel steht. Dort übergibst du deine Tochter dem Frost. Der Alte war entsetzt und Nastjenka fing an, bitterlich zu weinen. Und obwohl der Vater versuchte, seine Frau von dem schlimmen Vorhaben abzubringen, es gelang nicht. Aus Angst vor seinem boshaften und herrischen Weib brachte er seine Tochter letztendlich doch in den Wald und ließ sie dort, wenn auch schweren Herzens, Mutterseelen allein im Schneegestöber zurück. Setze dich hierher und empfange deinen Bräutigam nur recht freundlich. Dann wandte er den Pferdeschlitten und fuhr nach Hause. Einsam, verlassen und sehr unglücklich saß das weinende Mädchen nun unter der großen Fichte und zitterte vor Kälte in ihrem dünnen Mäntelchen. Aber schon nach kurzer Zeit hörte es ein Knacken in den Zweigen, und kurz darauf vernahm es eine knarrende Stimme. »Frierst du, liebes Kind!« Das Mädchen erkannte in der Stimme die von Väterchen Frost und antwortete, »Nein, Väterchen Frost, mir ist nicht kalt.« Da ließ sich der Frost noch tiefer hinab und pfiff noch eisiger als zuvor. »Nun, mein schönes Kind, sag, frierst du nicht?« Nastjenka verging fast der Atem vor Kälte. Dennoch antwortete sie, »Ich friere nicht, mir ist warm, Väterchen Frost.« Da knirschte der Frost noch stärker und pfiff noch mehr. »Frierst du, liebes Kind, frierst du bis ins Herz hinein!« Nastjenka war schon ganz starre vor Kälte und bekam kaum noch die Zähne auseinander. Aber sie sagte, wenn auch kaum hörbar, »Mir ist nicht kalt.« Da hatte der Frost Mitleid, und das arme Kind dauerte ihn so sehr, dass er es in einen weichen, prächtigen Pelzmantel und dazu noch in Feldecken wickelte und es die ganze Nacht wärmte. Der Vater aber, der inzwischen seine Tat bitter bereute, kehrte am nächsten Morgen in den Wald zurück, um seine Tochter zu retten. Wie groß war da seine Freude, als er sie nicht nur lebendig, sondern auch warm bekleidet und mit prächtigen Geschenken in ihrem Korb wiederfand. Der Alte legte die Pelze und Felle sowie die Geschenke in den Schlitten und fuhr mit seiner Tochter nach Hause. Als die Stiefmutter sah, dass die verhasste Stieftochter wohl auf und auch noch reich beschenkt war, wünschte sie sich für ihre Tochter das Gleiche. Also sprach sie zu ihrem Mann, führe meine Tochter zu ihrem Bräutigam, dem Väterchen Frost. Er wird sie mindestens genauso reichlich beschenken. Und sie schmückte das Mädchen am nächsten Morgen, wie es sich zur Hochzeit gehört. Der alte Mann fuhr denselben Weg in den Wald und ließ das Mädchen unter derselben Fichte zurück. Und obwohl es einen dicken Pelz trug, froh es gewaltig. Dennoch spottete es. Na, wo bleibt er denn, der Herr Bräutigam? Ist er wohl schon etwas morsch in den Knochen? Schon nahte der Frost. Mit knarrenden Sprüngen sprang er von Baum zu Baum und pfiff gewaltig durch die Äste. Letztendlich ließ er sich auf der Fichte nieder und fragte, »Frierst du, Mädchen?« Darauf antwortete die Tochter in Wusch. »Geh zum Teufel. Was ist denn das für eine dumme Frage? Die Hände und die Füße sind mir schon erfroren.« Da kam der Frost noch näher und pfiff noch gewaltiger. »Frierst du, Mädchen?« »Bist du blind? Du verfluchter Dummkopf. Meine Arme und Beine sind mir schon erfroren.« Da wurde der Frost wütend und schickte noch mehr Kälte und das Mädchen erstarrte. Am nächsten Morgen sagte die Alte zu ihrem Mann, »Spann den Schlitten ein. Nimm Decken mit und hol das Mädchen. Ich mache mir Sorgen.« Der Alte beeilte sich und trieb die Pferde an, die nur so durch den Wald flogen. Und als er an die Stelle kam, wo er die Stieftochter verlassen hatte, bestätigte sich seine schlimme Ahnung. Sie war tot. Nicht beladen mit Reichtum, sondern kalt gefroren war der Leib des Mädchens. Entsetzt brachte er den Leichnam heim zu seiner habgierigen Frau, nahm seine eigene Tochter bei der Hand und zog mit ihr für immer fort. Und wenn er und das gute Mädchen nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.